Fokus! 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 Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen vollen Grip Originals. Das Tuch fässt sich gut an. Ja, das war auch teuer. Also ich freue mich auf jeden Fall. Was machen wir denn mit dem Motor? Eigentlich nichts. Neuer Motor, alles dran neu. Neue Ölpumpe, neue Panos, neue, 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 neue. Ich bin hier ein kleines Stück nach, danke. Erst eine Basis in schwarz. Eine Schicht, mehrere Schichten schwarz. Wir wissen ja noch nicht welche Farbe. Ach ja, stimmt. Such mal wieder den unsympathischen Max. So, Philipp. Es geht weiter an deinem 3. Endlich wirst du zum BMW fahren. Hast du gut geschlafen? Ist nämlich Dreck. Hast du gut geschlafen? Ich hab super geschlafen. Hätte... Oder würde mir Philipp schon in einer 3er-Reihe vorstellen? Ja. Könnte aber ihn auch... Ich bin mal ein paar Meter mehr, dann müsste ich ganz aufhändig gehen. Warte mal, mal ehrlich. Stehe ich jetzt hier einfach so? Du kommst auf die Förder. Ach so, jetzt losgehen. Gehen wir jetzt. Gehen wir jetzt. Na? 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 Also die Pferde. Dann bitte nochmal. Ja? Ich hätte mir Philipp. Oder anders. Ich stelle mir Philipp schon in einer 3er-Reihe vor. Auf jeden Fall. Wobei ich... Ne. Doch, 3er. Definitiv. Ah, f***. So, klatschen mal für mich bitte, Max. Dankeschön. Was ist denn das Klatschen? Synchronisieren der Tonspuren von deiner, dem und dem. Dass das Bild und Ton aufeinander passt mit, wie sich deine Lippen bewegen zu dem, was man hört. Das macht das Klatschen. Ja, 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 ich versteh das. Okay, okay. So, let's go. So, let's go. Was ist das für ein Anfang? Ja, wir brauchen noch mal so ein bisschen Making-of-Szenen, weißt du, selbstverständlich da für dich. Fünfer passt der gar nicht rein, Sechser überhaupt nicht, Einser ist zu klein. Ach, Mann. Man glaubt ja immer nicht, was Trockeneis so kann. Läuft die Kamera noch durch, ja, ne? Seh ich noch gut aus, ja, ne? Oh, ne. Was machst du? Oh, ne? Sellerie ein bisschen weg. Oh, ne. Müsst man wieder so für das Ehrleicht. Das wird besser als die Leute brauchen. Okay. Okay. Danke. 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 Gib mir den Beat. Ey, das hier kann ich sogar, das hab ich in meiner Playlist. Echt? Ohne Witz. Henna. Na, na, na. Okay, das ist heftig. Ehhh. Ja, ja, ja. Moment, Moment. Da hängst du mir geblascht. Passt. Hast du jetzt über die Radhäuser auch noch mal Ruhe genehmelt? Nö. Irgendwer von euch darf einmal laut klatschen. Habt ihr beide gleichzeitig geklatscht? Wie ich sehe, hat sich richtig gemacht. Mach bitte ohne klatschen. Ja, das macht ihr leider jedes Mal. Bitte. Hör auf mit deinem scheiß Klatschen, ey. Komm mal von so hinter dir rein. Hallo! Sieht absolut *** geil aus. Ich weiß nicht, ob wir *** wirklich drin lassen können. Machst halt ein Lied. Das ist der Unterboden. Achso, Entschuldigung. Ähm... Oh! Jetzt sind wir jetzt... Ah! Papapapaa! Skiddypapapaa! Also warte. Das ist ein bisschen zu... Okay. Ich lasse dann so raus. Das ist deine Tür, darfst du auch aufmachen. Dein Ton ist an. Ähm... Ist das die Begrüßung von dem neuen Video? Nein. Was, nee, jetzt einfach. Nein, du gehst einfach zu den Teilen. Ich... Also die Kamera gar nicht mehr achten. Nee, du gehst einfach zu den Teilen und wir quatschen einfach ganz normal. Hahaha...